Guck mal, hier, den kennen wir doch. Nee, den... Ich wollte abgeschmackt einfach wegspringen. Ich würde am liebsten so einen Hechtsprung zur Seite machen, Alter. Hey und willkommen zu der ersten Runde von Gun Game hier auf meinem Kanal. Ja, dabei ist der GULO-Fan. Hoops. Ja, du musst dich schon unterdrücken, hier nicht Gülle zu sagen, oder was? Äh, nee, der Gülle-Mann von nebenan meine ich natürlich. Ich hab... Du hast erst so voll lange gehört. Äh, wie heißt der nochmal? Nicht. Nein, das doch nicht. Ich war gerade mitten im Fight hier. Guck mal, hier, den kennen wir doch. Nee, den... Ich wollte abgeschmackt einfach wegspringen. Ich würde am liebsten so einen Hechtsprung zur Seite machen, Alter. Wegspringen. Ja, genau, klau mir den Kehl, genau. Ja, komm her, Bauer-DJ, ey. DJ am Land braucht kein Mensch, Alter. DJ am Land, aber die Bauern machen am meisten Hard-Party, ey. Ja, ist echt so, ne? Ja, er hat den Kriegs-RP erstmal gekillt und dir mal schert. Du bist so scheiße. So, der stirbt. Der stirbt, auch wenn er dir ein Schwerter hat. Der stirbt jetzt. Der stirbt, ganz klar stirbt er. Du stirbst. Scheiße, ich bin gestorben. Ich auch. Fuck. Mann, ey. Mr. und Mrs. Unfähig. Ist echt so. Wer ist Mrs.? Du? Ja, ja, ja. Hört man doch schon an deiner Stimme. Ja, ja, genau. Hallo? Hallo, ich bin Mrs. Unfähig. Hallo? Hallo? Hier ist Mrs. Hier ist Mr. Unfähig. Ja, ich merk schon, Alter. Wow. Ja, den hab ich gefüsstet, wa? Hier wird, hier wird nicht auf mich gestorben. Oh, Mann, ich werd den Kriegs-RP erholen. Ja, der rastet wieder. Mega reinschießen. Hier wird gleich wieder, gleich wieder ausgeraten. Hier, nix da. Nix, nix, nix. Genau. Ja, vor allem, ich hab Schneebälle, ey. Oh Gott, ey, mit Schneebälle so scheiße. Du bist echt ein Hacker, ey. Du bist hier so der richtige Pro-Hack. So, Bauer, DJ, Mij, ey. DJ, Mij, ey. Jetzt stirbst du. Jetzt stirbst du. Ich sollte vielleicht auch Block hitten, ey. Sonst kann der Spastika-Freaks das wieder nicht. Schneebälle, Schneebälle, Schneebälle. Hast du mich getötet? Nein. Genau. Camp am Spawn, ey. Genau. Und schieß mich dann mit Pfeilen ab, du alte Schwuchtel. Schade, dass ich dich getötet habe. Boah! Sorry. Boah! Das tut mir jetzt nein. Das war nicht beabsichtig, ne? Ja, genau. Nächster Spawn-Camper. Herzlichen Glückwunsch. Wir sind heute Level-Up. Wir campen heute am Spawn. Jawohl, ich hab die Angel, ich hab die Angel. Nee, du hast nicht. Ich hab gewonnen, ich hab gewonnen. Jawohl. Och, komm, Chris, ey. Ein Gewoss. Außer ich kille mit einem Angelschlag jemanden. Der läuft da rum mit so einem halben Herz und ich kille den, ey. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder in der nächsten Runde. Bis gleich. So, da sind wir wieder in der nächsten Runde. Und auch wieder mit dem Gulle-Fan hier, ne? Hallo, ich bin schön verteidigt beim Start. Ja. Aber ich konnte nur manche abwenden. Manche abwenden, ja. Ich hoffe, der rennt einfach an einem vorbei. Der mega leckt. Lol. Hallo, bleib ich mal stehen, bitte? Sicher, der leckt übel, Alter. So, du stirbst, ihr stirbt jetzt alle. Man muss einfach voll ins Getümmel reingehen, ne? Aber sich nicht von den Leuten mit Eisenschwert töten lassen, wie ich das gerade gemacht habe. Ja, einfach so die ganze Zeit rumrennen und einfach hauen. So, ja, bam, Eisenschwert. Jawohl, jawohl. Lol, der hat ein Dierschwert, ey. What the f***ing F, ey. Schau mal vor, nach Dierschwert. Ja, ja, jetzt, 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 jetzt findet, der, der fühlt sich wie der Babo, weil er einen Notabskin hat, ne? Ey, der fühlt sich wieder, lol, was ist das denn hier für? Orts in mir und ich schlag dich einfach kaputt, einfach weiter schlagen. Ja, Alter, hä, was ist denn jetzt? Das ist der Zyp der leckt. Oh, der hat schon, der hat schon sofort gewonnen, instant. Gut, wir gehen in Server 9, war das, glaub ich. Neun. Okay. Ich lass einfach Aufnahme weiterlaufen. In neun ist keiner. Einen davor, acht oder sieben oder so? Acht, ja, acht, kann gut sein. Ja, gut. Beste. Oh, Mann. Ne, aber was war das denn für eine Babo-Runde gerade, ey? Der Typ hat genauso schnell gewonnen, wie ich bei meiner Runde, ey. War, war, einfach direkt alles weggemetzelt. Oh, Mann, ey. Bist du der echte? Ne, ich bin Gronkh. In Wirklichkeit. Ja. Gronkh. Hallo, Gronkh. Nein, ich bin fake. Das hab ich auch schon mal geschrieben. Beim Skype-Account kommt das nicht so gut, aber beim, beim Ding, der aufs Server kommt das echt gut. Kech, Kech? Okay, ja. Ja, dann ist er gut. Achso, da weißt du ja Bescheid, ey. Ja, ist so. Du weißt ja erstmal, wer der Babo ist. Freaks LP, Lachsmildi und Ghoulofen, Lachsmildi. Oh, Bob John ist da. Ja, Bob John. Ja, überhaupt schon, der wird ordentlich zerfickt, Alter. PvP-Skills vom Verheizten werden jetzt. Ja, die Wünsche waren. Der wird jetzt ordentlich zerfickt, Alter. Wie sich das anhört, I love you, Bobby. Bobby. I love you, Bobby. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Party-Time. Ist echt so, ey, Party-Time. Ja, Party-Hart, ey, pass auf, ey. Ja, komm her, Bob John. Wo bist du? Ist der, lol, ey, wieder übelst, die leckten. Sau, ey, kauft ihr besseres Internet, Mr. Bambus-Leitung, ey. Ja, die lenken hier fast alle, ey. Ja, die haben voll alle Bambus-Leitungen, ey. Ja, genau. Ja, ey. Das ist so. Dann wird den Bambus übertragen. Ja. Aber ehrlich so hier, ey, so richtig Bambus-Leitungen. Ich weiß, ich schlag mich mit einem, kommt so ein anderer und schlägt da zu und schlägt auch noch auf mich drauf. Nee, nicht die anderen Leute angreifen, weil wir einfach nebeneinander schnell auf mich drauf schlagen. Ich weiß, das passiert bei mir auch richtig oft. Dann schlagen die einfach alle auf mich drauf, weil sie sich, keine Ahnung, weil sie sich, oh, guck mal, der Skullo-Fan oder so, weil sie sich wahrscheinlich genau das denken. Oh, Bob-John, Bob-John, dich zerfick ich jetzt. Du bist jetzt kaputt, boah. Scheiße, jetzt leckts, ey. Ne? Genau, wenn man ihn zerficken will, deckts, ey. Ja, dann zerfick ich ihn halt. Ach, komm, ey. Chris. Ja, der von hinten hat nur noch mitgehochen. Ja, 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 würde ich ja noch brauchen. Ja, ist so, ey, ist so. Jetzt bin ich wieder am Holzschwert gefallen, Alter. Ja, da ist wieder der Fritz LB, einfach draufschlagen. Da hatte ich jemanden geangelt, glaube ich, würde ich mal sagen. Ne, sonst hätte er gewonnen, wenn er mit der Angel mich getötet hätte. So, den... Nein, nein, nicht, nicht, töt... Ten. Brr! Hau auf die Maus drauf, Junge. Ja, am besten auf die Maus oder Tastatur, ey. Das hat sich gerade angehört, als hättest du auf die Maus gehauen, ey. Hört sich bitte an, wenn man auf eine Maus haut. Ist das ein anderes Geräusch, als wenn man auf den Tisch haut? Ja. Ja, ich merke schon. Klick, klick, klick. Habe ich aber nicht. Noch nicht. Kommt noch. Oh, ich habe einen Bogen, ich habe einen Bogen. Oh, oh, oh. Ja, genau, flieg in der Luft. So, flieg in der Luft, flieg in der Luft, so muss das sein. So muss das sein, flieg in der Luft. Genau, genau, super, Level 0. Jawohl, beide genauen gleiche Gedanken schon wieder, ey. Boah, nee, André 07. André 07, ey, pass auf, jetzt gibt es 07. Das ist mega der James-Wonder, Alter. So, jetzt stirbst du, mein Freund, hier. So, hier nix, 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 hier, so. Nee. Alter, weil ich einfach bitte schneebellen immer, wo die Leute rumrennen, damit die mich nicht mit ihren scheißen Bögen hin können, ey. So, und jetzt, Spiderschwein ist ein gutes Schwein. Tschüss. So. Der wieder einfach mit seinem Bogen nicht dollen geht, Alter. Boah. Pass auf, meine Hand, Digga. Pass mal auf, da oben drauf zu... Ja, genau, ey. Ich hab die Angel jetzt. Nix. So. Ey, muss ich jetzt abgehen. Genau, André 07. Kullofan has won the game. LOL, ich hab einen gekillt? Ja, hast du. Hab ich nicht gemerkt. Und einer schreibt erst mal, good game, Bob John. Jawohl, ich bin Bob John. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann irgendwann mal wieder bei der nächsten Folge Gun Game und, ja, dann. Bewertung nicht vergessen, da ich so likerig bin. Liken. Nein. Tschüss. Abonnieren, favorisieren, kommentieren. Das Like, wenn es uns gefallen hat und fertig. Ja, bei Chris vorbeischauen. Link in der Videobeschreibung. Ja. Das ist der, das ist der, der so nach Gülle stinkt. Kann man, kann man nicht, kann man nicht fünf Kilometer. gegen Wind verfehlen. Jetzt bei euch da ein Gülle stinkt, dann wisst ihr Bescheid. Ja. Ich war euch am Haus vorbeigelaufen. Ja. Gut. Und, ja, tschüss. Tschö. Tschö. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020